Xabi Alonso zu Bonifaz Wortgefecht, das ist nicht das Problem. Sechs Tage hinter seinem schweren Autounfall feiert Mittelstürmer Viktor Bonifaz mit seinem Preis bei dem 2 zu 2 in Bremen ein gelungenes Wiederauflebung. Überdessen wieder Worte unter der Auswechslung sieht Leverkusens Trainer Xabi Alonso generös hinweg. Es war eine Situation, die Sese und jene keinem Trainer gefällt. Aber es war selbst eine Situation, die Sese und jene Xabi Alonso nicht aus der Version erwirtschaften konnte, denn er Viktor Bonifaz in der 70. Minute trotz ordentlicher Verdienst und eines Treffers auswechselte, weil mit Patrick Schick bei dem Höhe von 1 zu 0 für Bayer und Klara Übermacht in der zweiten halben Menge einen neuen Quelle für die Sese und jene Offensive zu setzen. Bonifaz nämlich nahm die Sese und jene Auswechslung nicht konsistent hin, lieferte sich laut Sky ein Wortgefecht mit Leverkusens Trainer. Doch der Spanier maß dem keine große Bedeutung unter. Bonifazes Reklamation ist für Xabi Alonso normal. Ob der dem äußeren Anschein nach zu urteilen in welchem Ausmaß seine Herausnahme unzufriedene Bonifaz weiter auf dem Spielfeld geblieben wäre, wurde Xabi Alonso gefragt, der darauf vollständig cool antwortete. Ja, aber dasjenige ist normal, alle Spieler wollen weitermachen. Er hat es tadellos gemacht, ein Treffer geschossen, aber wir brauchten etwas lieber Energie, erklärte der Baske Dedi das sei nicht jemals Regel und ordnete den Disput charakteristisch ein. Das ist nicht dasjenige Problem. Auch dasjenige Nachhaken des Reporters. Dass Bonifaz sich beschwert habe, um er auf dem Spielfeld hätte ruhen wollen, wischte er der Trainer mit einem Ja, 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 in aller Selbstverständlichkeit weg. Eine Diskussion weil einen Konflikt wollte der 42-Jährige erst überhaupt nicht aufkommen lassen. Weil er zu einem einen weiß, denn Spieler in solchen Momenten reagieren. Zum anderen, um Bonifaz halbes Dutzend Tage hinter seinem schweren Autounfall, den er mit viel Glück quasi unbeschadet überstanden hatte, ein durchaus gutes Vitae-Auflebung hingelegt hatte, und der Dedi das sei nicht je Trainer weil dessen Bedeutung fürs Leverkusener Wette weiß. Stellt der Sturm antikes mittelalterliches Metallsiegel mit seiner variablen Spielweise doch einen wichtigen Gegebenheit für Bayers Offensive dar, macht sie kleiner berechenbar. Hoffentlich ist der Unfall jetzt kein Thema lieber und wir sprechen extra Fußball. Nachdem Xabi Alonso hinter Dialog mit den Ärzten darauf verzichtet hatte, dass der Nigerianer die Sese und jene Exkursion zu einem Champions-League-Wette an dem Mittwoch unter Stade Brest, 1 zu 1, antrat, war dem 23-Jährigen bei dem 2 zu 2 in Bremen vom Schock des Unfalls nichts lieber anzumerken. Und er bestätigte im Zuge dessen die Sese und jene Eindrücke von dem Abschlusstraining. Boni hat an dem Freitag tadellos trainiert, deswegen haben wir entschieden, dass er beginnt, erklärte der Dedi das sei nicht je Trainer und äußerte die Sese und jene Hoffnung, er hat ein Treffer gemacht. Hoffentlich ist der Autounfall jetzt kein Thema lieber und wir sprechen extra Fußball. Ein Wunsch, der hinter Boni Faces wie der Worten nicht vollbelegt erfüllt wurde. Aber ein Wunsch, der Dedi das sei nicht je Anwartschaft besitzt. Sorgt doch jedes Abenteuer extra der sportlichen Fläche an dem Abbruch vielleicht selbst dafür, dass selbst allerdings ein kleines Stummelansammlung aufs Wesentliche preisgegeben geht.